Moin, 19 Uhr Abend. Boot ist präpariert für die Nachtfahrt. Wo sind wir? Ostfriesland, großes Meer. Und nachher schön, wenn es dunkel wird, Fackeln anmachen. Kleine Nachtfahrt. Da muss ich noch mal drauf hin überlegen. Drei Wochen. Wie kann denn bei dir ein Bier ablaufen? Ich weiß auch nicht. Ja gut, wenn du zehn Kisten kaufst. Zu Hause trinke ich ja kein Bier. Du bist doch nie zu Hause! Hallo! Hallo! Alles klar, bis dann! Jetzt sind wir ja klein genug. Was hat's ganz gut sein? Gucken wir rein. So, einmal in die Kamera. Hallo! 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 Und das da ist Kanal Hauptfriede. Da müsst ihr mal drauf gucken. Geile Filme nachher. So, ich wollte auch schief sagen. Die Nachtfahrt mit dem Boot hat geklappt. Voll zufrieden. Ich hoffe mal auf dem Film ist es auch einigermaßen zu sehen. Das war ein richtig geiles Wochenende hier. So, mir hat's gefallen. Morgen früh einpacken und nach Hause. Bis dann! Ciao! 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 Ciao!